Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren fröhlichen Let's Play The Forest, bei mir ist der Chris. Moin! Hallo! Und herzlich willkommen! Voll geil, oder? Was denn? Ja, wie ich es dir gesagt habe. Ja, voll geil. Voll emotional. Voll emotional, ja. Ich habe mir was überlegt. Schieß los. Wir bilden Arbeitsgruppen. Gruppe Stein und Gruppe Stock. Ich mache Stein. Ach du Penner! Alter, die liegen hier überall rum. Nee, wir bleiben schön zusammen, sonst ist es langweilig, oder? Okay, ja. Was haben wir in der letzte Folge gemacht, oder? Beziehungsweise wollten wir in dieser Folge machen. Ja, wir wollten das Haus fertig bauen, die Mauer fertig bauen, ein paar Fallen hochziehen. Stimmt. Aber erstens erstmal die Katapulte fertig bauen, oder? Ja, ich mache jetzt mal die Mauer hier weiter. Sonst wird unser Präsident sauer, wenn das nicht bald fertig wird. Ganz schön, dass die Mexikaner noch nicht überwiesen haben. Oh, Jesus. Ja, und wenn es dann alles mal so weit steht, hast du ja gesagt, willst du ein bisschen Action, also mal wieder irgendwo in der Höhle, oder irgendwie mal rumspazieren. Genau, weil wir jetzt mal in der Höhle waren, hatten wir ja quasi fast Besuch, ne? Aber die sind dann doch nicht gekommen. Ich hatte ja eh den Vorschlag, wenn wir schon spazieren gehen, suchen wir ein bisschen Kleingeld, ein bisschen Dynamit im großen Dorf, und holen die Pistolenteile zusammen. Weil ich glaube, die könnten wir echt mal brauchen. Ja, das ist wichtig hier. Moin, moin, Leute. Herzlich Willkommen. Ja, lass uns erstmal ein bisschen hier die Wand fertig bauen, und... Ja, genau. Wenn wir so zwischendurch mal ein paar Stikis haben, oben in die Katapulte rein. Genau. Dass die auch langsam mal fertig werden hier. Genau. Gut, die Wand ist ja gleich fertig eigentlich. Ja. Ist ja gleich erledigt. In... ...ein bis zwei Stunden ist die hochgezogen. Ja, was ich mir überlegt hab... Äh, was ist denn heute los? Was ich mir überlegt hab heute... Wir könnten hier vor die Brücke jeweils, äh, nochmal so ein Tor bauen. Oh, guck mal da. Und dann? Die Rüstung. Bam. Was? 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 Ja, und dann können die nicht mehr auf die Brücke draufgehen, einfach so. Mänste. Ja. Moin, Simone. Das könnten wir machen. Ja. Hallo. Weil es kann... Es kommt ja schon häufiger vor, dass die auf die Brücke rennen, dann ins Wasser fallen, und dann nicht mehr rauskommen, ne? Ja, ja. Das wär schon irgendwie blöd. Ich fänd's eh geiler, wenn das Wasser noch einen Ticken tiefer wär, dann... Moin, Hatschi. Mit dem Mutanten absaufen. Hallo. Alter, das ist krass, ey. Geht ja richtig was ab heute schon wieder. Ja. Ist doch geil. Ich rommisch voll. Ich hab jetzt schon über 380 Abonnenten, also ein dickes Dankeschön dafür. Ja, mega. Aber es ist echt krass, wie die Steine einfach mal so nachwachsen. Da drehst du dich um, dann liegen sie schon wieder. Ja. Und Bäume sind auch schon wieder ein, zwei nachgewachsen. Den einen könnten wir fast fällen, da springen die sonst übers Grundstück. Mehr. Dann flacken sie im Wasser. Ja, apropos Wasser, wir, äh, doch, wir bauen die Mauer ganz komplett zu. Aber wir, äh, wir brennen nicht mehr. Wir nehmen uns einfach vor, wir brennen nicht mehr, okay, wenn? Naja, mit Sicherheit. Du nimmst dir auch jedes Mal vor, du stirbst nicht und stirbst in jeder Folge. Hallo? Gar nicht wahr. Doch? Nein. Ey, wir machen es einfach so, äh, dass wir, wir können ja quasi durch das Tor gehen und dann auf die Brücke springen. Da sind wir übrigens schon wieder ein paar so, Hammel. Oh ja, Tatsache. Oh, warte mal, der, 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 den, den, den Rest müssen wir mal machen. Der brennt schon wieder hier so. Ja, ja. Da brennen mehr, da brennen mehr. Boah! Okay, ich sterb direkt wahrscheinlich jetzt. Scheiße, Mann. Wie war das mit, wir brennen nicht mehr, ich brennen? Ich bin auch. Oh fuck. Saugeil. Boah. Okay, ich habe keine Ausdauer und ich habe keine Lebensenergie. Ich kann dich blocken und ich sterbe. Äh. Bist du tot? Ne. Das, das, nein. Alter, verwandt, ey. Ich habe keine Medizin. Ich habe keine Medizin. Au! Du. Oh fuck. Scheiße, ich bin so blöd. Ah. Okay, das mit dem Brenner nicht so gut geklappt, glaube ich. Shit, Mann. Bei mir ist alles grau. Hinter mir ist ein Alligator und ein paar Eingeborene. Loll, da rennt auch ein Alligator. Ey, die schmeißen da rein. Boah, warte, wir müssen ein Blatt machen, ey. Der brennt uns die Bude ab, der Himmel. Ich bin doch schon dabei. Der ist tot. Der erste Feuerteufel. Aber ich habe keine Medizin, ey. Das ist gerade echt very, very hard. Ich muss jetzt gerade auch mal erstmal wieder ein bisschen reinkommen, wenn ich gesagt habe. Alter, das war das für ein Assassin's Creed Move. Au, 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 au. Weiß auf, dass du nicht stirbst. Au. Gucken wir schon alle an. Was habe ich denn an mir? Deine Ordnung. Oh, da guckt noch mehr. Komm ran hier, du dumme Nuss. Wegen dir haue ich die Mauer zusammen, du blöde Sauer. Aber das ist mir wert. Au. Ah, ich brenne, ich brenne. Oh, wie viele da schon wieder da sind, gell? Scheiße, ey. Komm her. Oh, die Wand weiter. DJ Bobo. Aua. Aua, au, au, au. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, was machst du denn du für einen Schmarrn? Ich hatte den doch. Du musst doch hier die Umgebung ein bisschen im Auge behalten. Ja, sorry, ey. Wie gesagt, ich muss mal ein bisschen reinkommen. Und wie in jeder Folge, bist du tot. Ich kann dir gar nicht helfen, sorry. Du musst mir helfen. Nee, jetzt geht kein... Das war nicht ganz weit weg von dir. Nee, das war nicht direkt... Alter, ich kann dich nicht heilen, der blockt mich. Jetzt, jetzt, jetzt. Aua. Nimm mir die Ziele und hilf mir. Warte mal. Du hält die Doschen, Mann. Ist da einer auf den Sack hier? Jawoll. Jetzt kriegt er, jetzt kriegt er hart. Der ist tot. Okay, dann baue ich mal hier vorne diesen Dings hin. Den Blueprint da. Alle, was für den Anfang schon wieder. Ja. Ich bin froh, dass du mich hast. Mann, das für die Playstation kommt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Playstation. Egal, den Stickies. Ich denke mal, dass es erst dann rauskommt, wenn es fertig ist. Soll ich vielleicht so eine... So eine Wand Dingspunst da hinbauen? So was? Was für ein Ding? Hier so eine ganz normale Wand mit Tür. Ja. Schon, oder? Die können da aber rein stürmen. Echt? Ja, das weißt du. Das haben die immer schon gemacht. Ja gut, dann brauchst du vielleicht doch so ein Tor, ey. Ne, da musst du am besten mal googeln, Hachi. Wenn es rauskommt, keine Ahnung. Hier ist es wundert. Warte mal, wo war das jetzt wieder mit dem Tor? Ich denke mal, das ist ja, glaube ich, noch eine Alpha, gell? Noch ist es eine Alpha, unser geliebtes Forest. Ich denke mal, für die Playstation kommt es raus, wenn es in die Beta-Phase geht, vielleicht. Weil dann sind nicht mehr allzu viele Updates nötig. Aber wann? Hm. Keine Ahnung. Okay, ich habe da jetzt mal hier was gebaut, so. Müsste eigentlich gut sein. Sieht ganz gut aus, eigentlich. Oh, es ist voll dunkel. Mich hat es gerade auf den Desktop geschmissen. Das ist schlecht. Mein Computer habe mich gerade daran erinnert, dass mein Festplattenspeicher voll ist. Immer noch besser als ein selbstständiges Update. Ja, genauso wie das letzte Mal, wo du einfach weggewarst. Alter, da muss das los war. Da hätte ich beide reingedraschen. Da haben wir zum Glück nichts gemacht. Kann ich das nicht sogar ausschalten, einfach? Ach, keine Ahnung, ich kenne mich mit Rechnern nicht aus. Ich weiß, wo man die Salami reinschiebt und das war's. Ja, stimmt, die Salami, genau. So, das Stück ist auch fertig. Ich schreibe alle jetzt erstmal die Sticks. Und ich würde sagen, wir gehen eine Runde schlafen, oder? Wir haben noch das letzte Mal so einen guten Rhythmus. Ja, kann man machen. Ach, scheiße, auf den Wagen jetzt. Kommst du hoch? Oder bist du hinter mir? Ja, fast. Ja, das geht sogar schon geil. Warum soll's nicht gehen? Ja, wegen diesem, äh, Dings, du weißt ja schon. Kannst du nur alle, äh, 20 Stunden. Hey, aha. Wir haben ja noch nix gemacht. Yo. Es war, weil wir eingeloggt sind, war's noch nicht voll lustig. Ja, keine Ahnung. So, achso, die Sticks wollte ich da oben reinhauen. Hast du noch Aloe Vera für mich? Äh, schau mal in den Blumenkästen. Oh, genau, stimmt. Die haben wir da was angepflanzt. Angepflanzt? Angepflanzt. Aber denk dran, gleich wieder einpflanzen, gell? Warte mal. Ich will dir da nichts falsch da wegnehmen jetzt. Ich hab nur einer Lois sieht, oh mein Gott. Oh. Egal, es muss, muss reichen. So, warte mal. Danach könnte ich im ersten Mal einen örtlichen, äh, geilen Lurschkönnen. Mmh, lecker, lecker. Was muss da noch mal rein für die, äh, Mates Plus, also für die Super Mates? War das nicht? Irgendein Ding. Cornflower wahrscheinlich, ne? Ja, klar, Cornflower. Probier's auch was, ich weiß. Ich hab kein Cornflower, das ist das Problem grad. Ah, aber ich hab da Samen angesät, schau mal in die Blumenkästen. Ja, 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 ich hab's schon jetzt grad raus. Aber wieder anpflanzen. Cornflower war's. Sorry, ich muss das jetzt ausnutzen. Gut. Wenn ich dich schon mal verarschen kann, dann muss ich das im vollen Zügen genießen. Genau. So. Die fangen hier draußen an zu modern. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Werden modet? Ach, die Freunde der Roller-Kartola. Die Typen da. Was hängt denn da ein Bein an dem, äh, Drying-Rack? Kann sein, dass ich da was hingehängt hab. Ja, dann ist das auch. Äh. Ja, wenn das hier nix ist. Ich hab Bock aufs Bein. Leute, der Stein ist weglaufen. So, das war ein Hase. Okay, lass mal, lass mal Bäumchen fällen. Beziehungsweise, ich fälle an ein paar Bäumchen. Ich mach ja noch die Mauer. Mach mal den da gleich weg hier. Ja, ich bin jetzt schon an dem hier, der geht auch. Ich will das mit der Tür ausprobieren. Ja, mach doch. Es sei dir auch, äh, genehmigt. Danke. Da sind schon wieder welche. Wie viele? Keine Ahnung, einer hat so, äh, gemacht. Oh, was ist denn hier los? Oh, läuft er. Mit seiner Taschenlampe. Und da kommt noch eine. Willst du helfen? Komm, ich helfe dir. Das her geht's. Okay, jetzt hab ich keine Ausdauern mehr. Jetzt kannst du mal in der Kloppen. Warte, warte. Leute, ich hab dir gott Kass, das Kloppt. Loll. Alter, ich verliere Lebensenergie trotz Plotten. Wie jetzt sind das und das? Gehen wir so auf den Keks, die Typen? Nicht nur die. Ich schnaufe noch. Ich schnaufe immer noch. Oh, halt, nein. So, jetzt aber. Die eine ist abgeraut. Gut. Die müssen wir langsam mal verheizen, oder? So. Wir fehlen noch zwei. Da sind sie ja die Loks. Von Lara Feuer machen. Ist ja noch eins oben. Da hab ich mich ja vorhin schön wieder verbrannt. Ah, sehr schön. Ah, sehr schön. Gut, ich fälle noch einen Baum schnell. Den hast du gemeint, ne? Äh, ja, genau. Geil. Die Büsche hier gefallen mir. Na, der da nicht so? Du machst das so schön. Danke, danke. Aber hier sind ganz schön viele Bäume jetzt gewachsen, ne? Zurzeit. Ja, ist total. Wir könnten ja nach mal wieder unser Gewicht messen, weil uns ist ja letztens aufkommen, dass ich der Vettere von uns beiden bin. So ist ja auch in Wirklichkeit. Lava nicht, ich bin bloß kürzer. Stimmt. Hey, da ist eine eingeborene Frau. Schön. Schenk ich dir. Danke. Also ein Holz zu fehlt noch. Boah, ich bin tot. Alter, das gibt's nicht. Ja, klar, Felix. Und bei dir? Alles klar? Nee, heute ist der Wurm drin, ne? Heute? Heute ist der Wurm drin. Gibt's genauso oft wie sonst. Oh je. Kann ja auch. Oh je. Hau ab. Lauf, weg jetzt. Alter, der ist schon wieder am Brennen, der Brenner. Halt mir mal die Typen vom Rücken. Jo, 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 jo. Ich spür mir schon den Häuptling hier. Häuptling, verrückte Hand. Was für ein Ding? Häuptling, verrückte Hand. Ah, okay. Schau gern aus, haben wir jetzt. Moin. Okay, ich glaub, der ist tot. Meinst du? Oh, da ist ein durch. An der Mauer. Ah, jetzt rennt er weg, weißt du? Ja, und er kommt wieder. Oh, der ist tot. Ja, die Frau macht mich fertig. Das ist der Tippen, wo das. Meinst du? Ja, natürlich. Ich kann nicht mehr reingenommen, ja. Ist der auch für eins. Loll, der Lurschritt in der Nacht. Und der letzte Stein. Guck mal, der Lurschritt ist hier nachgerannt. Zack, jetzt ist er mir. Ja, da hast du wieder recht. Ja gut, Hachi, das Google am besten mal. Wann das rauskommt für die Playstation. Hab ich aber auch schon was gehört, dass das Spiel rauskommen soll für die Playstation. Aber wann? Keine Ahnung. Ich denke mal bald. Verkauft sich ja doch ziemlich gute Spiele. Spiel denn, Lursch? Hi, Drino. War das jetzt gerade synchron? Nee, ich war ein Stück vor dir, oder? Jetzt bist du ein Synchroner gehört bei mir. Okay. Das wäre ja nichts Neues. Ich habe hier übrigens noch einen Baumstamm. Und ich erschlag gerade einen Löch. Oh, doch nicht. Aber fast. Ja, okay. Ja, ich glaube, das ist ganz geil so. Gut, die Mauer ist fertig, oder? Nee, da hinten fehlt noch ein Stück. Da muss ich noch eins draufsetzen. Warte mal, wo ist jetzt der Rest vom Baum? Da ist noch ein Stamm und da ist noch ein Stamm. Warte, 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 warte. Oder wie? So. Okay, das Holzding ist auch fertig. Nur noch 198 Rocks. Äh, Chris. Was? Jetzt kriegen wir halt die Schlitten nicht mehr raus. Wieso? Ja, weil ein Schlitten im Haus ist. Und das Tor ist so dünn, dass da kein Schlitten rauspasst. Vielleicht können wir die am Wasser entlang fahren. Ich versuch's mal. Ich glaub's not. LOL. Das läuft ja doch ab. Es geht. Es geht. Schieb an. Ja, ja, ja. Ich gebe schon Vollgas. Dreh durch oder irgendwas. Ich mach die Steine weg. Irgendwo Problem, Alter, LOL. Ja, danke. Genau, so wird's gemacht. Bitte. Ja, nee. Nee. Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jetzt mach mal die Tür zu. Mach mal die Tür zu, bitte. Ach so, warte, ich hab das grad gelesen. 10. Juni 2032. Oh, lol. Ah ja. Bis dahin gibt's ja bestimmt auch noch ne PS4. Ähm. Merk grad, ich bin hungry. Ich flack hier erstmal die Dings rein, hier. Hungry und Dursty. Dursty bist du. Ah, ich ess meinen Schokoriegel. Tja, so wie vor der Aufnahme, ne? Das war ne Milchschnitte. Das ist doch dasselbe. Ich wieg immer noch 205. Wo war das wieder hier? Seit der kleinen Person. 186, Kollege. Ah. Ja, drum verreckst du auch ständig. Ja, genau. Weil du so schwach bin. Kannst auch bloß fressen und sonst nix. So, warte mal. Ich baue jetzt hier erstmal ein paar Fallen hin. Tu dem. Das wolle ich schon die ganze Zeit machen, eigentlich. Warte mal, wo war das wieder? Effigies? Traps, ne? Genau. Am besten diese Schlingteile. Die sind am geilsten eigentlich. Da baue ich. Da schön eins hin. Lol. Aber pflaster nicht wieder alles extremst zu mit den Dingern. Ey, wir haben Hard Mode, gell? Das ist mir egal. Da muss, da muss was abgehen. Äh, ja, ich hab wahrscheinlich Lol gesagt. Das sag ich oft. Das sag ich oft.